Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Kurz und knapp gesagt, Lian hat ein Song zusammen mit 80 und zwar Kaiba. Auf Kaiba habe ich schon reagiert und jetzt kam von 80 ein Song zusammen mit Lian und zwar Tanjiro. Es ist irgendein Anime, ich weiß nicht welcher, weil ey, ich bin kein Anime-Gucker, ne? So, wirklich nicht. Ich bin gar nicht der Typ, was sowas angeht. Ich will aber anfangen damit, tatsächlich. Ich muss mal gucken, vielleicht komme ich da mal die Days zu. Und vielleicht kriege ich dann ja auch mal die Lust, sowas zu gucken. Es ist halt actually nicht meins. Aber, es ist egal, denn wir geben uns jetzt Tanjiro von 80 und Lian. 2 Minuten 27. Es geht eigentlich relativ fit. Ähm, ja. Ich gebe böse. Wir sind wie Tanjiro und Nezuko. Ich will dich heilen, aber weiß nicht wie. So viele Dements, die dich haben wollen. Und ich suche nach der Medizin. Weil keiner ist bisher wie du. Und ich suche nach der Medizin. Weil ich weiß, ich find sie irgendwo. Ich glaub, du bist meine Nazuko. Denn ich beiß für meine Zähne an dir aus. Doch ich glaub, es wäre besser so. Ich hab Dements immer mehr, doch lass sie nicht raus. Gonna freak you out, für uns sieht schwierig aus. Das ist mein Babygirl, ein Demo, und ich mach mir nix aus. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein Fan von solchen, äh, ja. Ja, fast, so schnellen Beats bin ich irgendwie nicht wirklich der Fan von. Aber, äh, das klingt irgendwie geil. Auf dem Song. Der Song klingt irgendwie geil mit so einem Beat. Ich weiß nicht. Wie gesagt, normalerweise kein Fan von solchen Beats, aber mir klingt das echt geil. Irgendwie klingt das, irgendwie klingt das echt geil. Oh no. Wir sind wie Tanshiro und Nezuko. Ich will dich heilen, aber weiß nicht wie. So viele Demons, die dich haben wollen. Und ich suche nach der Medizin. Weil keines bisher wie du. Und ich suche nach der Medizin. Wir sind wie Tanshiro und Nezuko. Ich will dich heilen, aber weiß nicht wie. Trotz mal ist das Leben schon so. Aber Liebe hat halt kein Prinzip. Ich weiß nicht, irgendwie klingt das geil. So, wie gesagt, ich bin kein Fan von solchen schnellen Beats. Überhaupt nicht. Ist gar nicht meins. Ich will die, entweder viel zu schnellen, oder ich will die Stimmen am Ende drauf kackeln. Jetzt macht Lagnese noch Werbung in meinem Video. Saut los. Ähm. Ja. Es ist halt, äh. I don't know. Ich glaube, auf dem Song klingt es irgendwie geil mit den Stimmen auch. Äh. Aber, ja, I don't know. Ah, I don't know. Äh. Ist aber geil. Ist aber ein geiles Beat. Kann man sich auch eigentlich direkt mal in die Playlist ballern. Äh. Ja. Ist glaube ich auch eher so ein Track, wo man, wo man beizocken kann. Glaube ich eher. Aber, ja. Ey, ganz ehrlich, man muss von solchen Beats halt einfach, man muss halt einfach Beats mögen. Also solche Beats, gerade solche Beats eben. Ähm. Es ist halt schon echt, also es macht schon echt einen Unterschied vom Beat her. Aber. Ey, ganz ehrlich. Der Song mit so einem Beat, Digga. Klingt geil. Klingt trotzdem geil. Aber man trotzdem nicht meckern. Klingt trotzdem geil. Ja, man. Leute, das war Tanjiro von Aidy und Lian. Ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. So wie der Song natürlich. Äh. Ja, wir sind nicht. Und, ja. Würde ich sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.